Das sind erst mal direkt zwei Team-Mates gegen anderen gecrashed. Echt? Ich hab's nur gehört. Schau mal hinter dir, schau mal hinter dir. Ja, ich hab's gesehen. Yo Leute, was geht ab? Wir nehmen das einfach jetzt mit. Wir spielen Warzone, mit dem schlausen Team der Welt, die sich einfach jetzt schon mal gecrashed haben. Bevor überhaupt auch nur annähernd ein Gegner zu sehen war. Da wird schon rumgeballert. Aber wenn du dann zooms, dann ist die Sensitivity mega high, ne? Mhm. Mega komisch. Auf wen gehen wir, auf wen gehen wir? Da unten ist einer. Auf die Lack. Die Lack 3, ja. Ja man, wir spielen auch Lack und es kann nur eine Lack gehen. Es kann nur eine Lack gehen. Oh, ich hab dich verfehlt. Oh, 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 oh. Okay, überlassen, ist kein Ding. Auch wenn man ein bisschen schwarz vor Augen wird, ist absolut kein Ding. Ich glaube, ich werde beschossen. Ich hänge noch an der Lack. Ich weiß gar nicht, wo die sein sollen. Ja, die ist tot. Ja eben, ich hab ne... Da kommt eine Bf 109 angeflogen. Äh, bei der musst du aufpassen, die ist auf jeden Fall wendiger als du. Okay. Ist doch schnell. Ist doch schnell. Irgendjemand schießt auf mich. Irgendjemand schießt auf mich. Das ist die Bf. Ist halt dann noch einer? Ähm, ne, das war die eine, die grad an dem Ball hat. Kannst du mir helfen, Alter? Irgendjemand ballert nicht hier. Ich hab ihn grad schon mal angeschossen. Aber... Er ist... Nein. Scheiße. Äh, er ist wendiger als ich. Ich hab kein so gutes Flugzeug gerade ausgelegt. Jo, ich weiß nicht, ich hab's das nicht, oder? Doch, ich hab's noch geschafft. Oh mein Gott. Ich hab's einen Millimeter vom Boden geschafft. Ist er abgestürzt? Ja. Jawoll, er hat's nicht gestürzt. Wie kann ich meinen Motor stillen? Ich bin hier grad... Oh ja, okay, der ist gestürzt. Ähm, einfach ausmachen. Einfach ausmachen. Dann, äh... Brennt er im Normalfall nicht ganz so lang. Okay, okay. Passt schon. Sieht ganz gut aus. Ich hab zwar glaub ich einen Leck oder so, aber... Ähm... R2D2 wird schon reparieren. Ich hätt gerne... Du kannst, äh... Auf dem Flughafen landen. Das weißt du bisher noch gar nicht. Ja klar weiß ich jetzt, aber das langweilig. Dann wirst du repariert. Okay. Wirst ich da landen, dafür brauchst du noch wichtige Kills. Aber ich seh hier keinen. Ich such mir jetzt den hier B... Das ist noch ne BF. Wo bist du eigentlich hier? Ich bin quasi hinter dir. Ja, da ist doch gar kein Gegner bei dir, du. Oh, da wird jetzt... Ja, der rammt mich, mann. Obwohl ich tot wär. Nein, ich bin ausgebrannt. Er hat mich getötet. Nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Aber ich dachte, ich hätt ein Teammate hier, Matze. Wo bist du? Er lässt er mich eiskalt im Stich. Sagt er hier. Ja, da ist ne BF hinter dir, die tötet sich. Und dann macht er nen Scheiß. Ich hab keine, ich hab keine so schnellen Flugzeuge wie du. Darfst du nicht vergessen. Ja. Ja, mach mal hier. Netro. 1000 PS hier. Kanäle auf 120 Sekunden. Mindestens. Aus dem Stehen. Boom. Haha. Eigentlich sieht der Flieger voll geil aus. Ja. Boah. Geile Scheiße. Muss ich mal eben so nen Screenshot machen. Zum. Ich kann jetzt nen Bomber töten. Da ist ne Jack. Oh. Ich hab auch ne Jack. Der will einen. Oh ne, der geht nicht auf mich. Der möchte mein Teammate hier töten. Wir müssen auch mal so ne Schlaf machen, wo Boden und, also wo Panzer und Flugzeuge gleichzeitig da sind. So was hab ich noch nie gemacht. Ist bestimmt mega cool. Ich weiß gar nicht, ob das schon eingefügt wurde. Bestimmt. Zack, da haben wir die Jack getroffen. Oh, der kann gute Manöver machen. Das ist ein guter Pilot. Aber wir haben ihn jetzt noch ein paar mal getroffen. Der ist gut. Der ist echt gut, ey. Aber ich glaub wir haben den selben Flieger. Das heißt theoretisch kann der mich gar nicht abhängen. Jawoll. Komm, jetzt hast du den. Du bist hinter dem. Zack, da hab ich ihn nochmal getroffen. Ah, da hab ich den. Ich hab voraus gesehen, wo der lang fliegen wollte. Ich hab gleich 8 Sekunden, da hab ich meine Waffen nachgeladen, dann geht's ab. Und Raketen. Zack. Er denkt, er denkt einfach. Ah, da hab ich ihn aber kritisch getroffen. Da hab ich ihn kritisch getroffen. Und ein paar Raketen hier hinterher geballert. Und jetzt, jetzt bekomm ich den. Jetzt hab ich die dicken Geschütze wieder. Zack. Da beginnt er wieder. Der denkt, der kann nicht echt abschütteln, ne? Zack, da wird den. Oh, der ist hinter dir, der ist hinter dir. Ich kann nicht. Ich muss nachladen. Ist gut. Boah, ich bin mega hinter dem. Das ist der Kampf der Jax. Schau mal, voraus zu einem Krieg, der hinter dir ist. Ah, der ist gut. Der ist echt gut. Ich treff ihn die ganze Zeit. Theoretisch haben wir den selben Flieger. Ja! Abschusshelfe. Hier nochmal hinterher ballern. Wir sollten hier weg. Wir sind ganz böse Flachs. Wir sind über dem gegnerischen Flughafen. Okay, dann lass dich schnell weg. Er wollte hier landen, aber wir haben den einfach nicht landen gelassen. Wo müssen wir hin? Wir müssen da oben hin, ne? Ja, über dem Berg quasi eigentlich. Ah, der ist gut geflogen. Der hat mich schon was hinter mir. Hinter uns, hinter uns. Ich mach gleich so eine Kurve hinter dem Berg. Ich bin tot. Ich hab mich mit einer Rakete rausgeschossen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt, jetzt hat mich einer hier. Uh, da haben wir fast den Baum mitgenommen. Ist einer hinter uns? Ja, einer ist hinter uns. Jetzt muss ich auf die Geschwindigkeit spielen, weil ich schneller bin. Aber ich muss trotzdem Wendemanöver machen. Jo, der ist, jawoll, da hat mir einer geholfen. Da hat mir einer geholfen, Matze. Sehr gut. Da kommt Matze, MC. Irgendwie haben die gar keine Flugzeuge hier mehr, oder? Ähm, die machen objective, deswegen gewinnen die auch gerade. Die haben mega viele Bomber über unsere Basis und zerbomben unseren Flughafen. Aber ich hab keine richtig großen Kanonen. Das siehst du, nur wenn du nah genug dran bist, quasi siehst du die. Okay. Also du siehst es halt, dass links oben unser Symbol da ist. Jaja, das hab ich schon gesehen. Das ist, wenn die den Flughafen bombardieren. Herr Warte, wo will ich das? Muss ich mal im Auto ausmachen. Ah, okay, ich hab's gesehen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Punktanzeigen, genau, schon. Ich muss jetzt den hier... Bei ihm. Zack, da haben wir den getroffen. Komm, noch öfter können wir, Flugzeug zerstört euch. Noch öfter hätten wir den echt nicht mehr treffen können. Nein! Ich hab... Oh, meine Kanone ist heiß gelaufen. Und jetzt ne Lack vor mir. Oh... Ich muss dann den Motor ausmachen. Komm, fünf Sekunden noch, fünf Sekunden noch. Vier, drei, zwei, eins. Und jetzt kann ich wieder schießen. Das ist Matze natürlich im Weg. Ich hab durch den Platz gemacht. Da hat mich ein Teammate sogar angeschossen. Was denkt die Lack eigentlich, wer der ist? Bam, wieder kritisch. Yo, ich hab den irgendwas abgeschossen. Ist irgendwas von ihm weggeflogen. Nochmal ein Treffer. Stürzt der ab, oder? Ja. Okay. Ich hab nur Abschusshilfe. Ich hab nicht das Flugzeug zerstört. Hab dich bekommen. Fand ich jetzt ein bisschen unfair, muss ich sagen. So, ich leite jetzt nochmal nach. Ja. Ich hab ein wichtiges Modul gerade zerstört. Deswegen ist er abgestürzt. Ja, hab ich... Ich hab dem auch irgendwas zerstört. Er ist... Weiß nicht. Halbes Flugzeug ist weggeflogen von ihm. Da oben ist... Da oben ist... Ja, das war's. Ach. Kacke. Mann. Haben wir verloren, Matze. Haben wir verloren. Oh ja. Oh ja. Scheiße. Wir haben leider... Wie lange ging das Match? Steht das da? Zehn Minuten, ja. Ach, Matze, Mann. Nächstes Mal gewinnen wir, Leute. Nächstes Mal gewinnen wir. Nächstes Mal gewinnen wir. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hallo. Jo, Leute. Ich hoffe, War Thunder hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar. Es ist kein dauerhaftes Projekt. Flamed nicht rum. Und... Joa. Kostenlos saugt es euch. Hier oben habt ihr jetzt noch eine letzte DayZ-Folge und unten die letzte Standalone-Folge. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.